Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir vorstellen, wie du automatisch mit Hilfe von Google Sheets Duplikate in deinen Daten entfernen kannst. Wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch alle anderen Videos zu meiner Tutorial-Serie über Datenanalyse in Google Sheets und natürlich auch andere Videos zu Google Docs und Google Slides. Und los geht's wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Im heutigen Video im Rahmen meiner Tutorial-Serie über Datenanalyse in Google Sheets möchte ich dir heute die Funktion Duplikate entfernen von Google Sheets vorstellen. Und dafür habe ich wieder die Tabelle hergenommen mit den ganzen verschiedenen Rennen der Formel 1. Und die Tabelle ist noch relativ übersichtlich, also die hat nur 78 Zeilen, also 77 Einträge mit Abzug der Überschriftenzeile, also der Zeile 1. Und Google Sheets bietet dir eine Möglichkeit an, Duplikate zu entfernen, weil es kann sein, wenn du hier die Daten einfügst in deine Tabelle, also dass dann schon vorher irgendein Fehler passiert oder du irgendeine Zeile doppelt drin hast oder irgendwelche Werte doppelt drin hast, das möchte man natürlich nicht. Und dafür gibt es eben die Möglichkeit, Duplikate zu entfernen. Und wenn du das Ganze machen möchtest, muss ich natürlich hier erstmal absichtlich Duplikate einfügen. Dann nehme ich jetzt hier einmal die letzten drei Zeilen, kopiere die einfach und füge die darunter nochmal ein. Das heißt, Zeile 76 bis 78 und Zeile 79 bis 81 ist jetzt doppelt vorhanden. Das sind genau die gleichen Zeilen. Wenn du jetzt Duplikate entfernen möchtest, wählst du am besten den gesamten Bereich oder Zellbereich deiner Tabelle aus. Das mache ich jetzt mal hier in dem Fall und markiere alles. Und wenn du diese Funktion benutzen möchtest, dann gehst Du auf das Datenmenü, auf den Punkt Datenbereinigung und findest dann dort den Punkt Duplikate entfernen. Und wenn ich da jetzt einmal draufklicke, fragt mich Google Sheets nochmal, was genau durchsucht werden möchte. Also ich kann jetzt zum Beispiel in allen Spalten analysieren. Das würde ich Dir auch immer empfehlen, dass in allen Spalten analysiert wird, damit Du halt immer ausschließen kannst, dass nicht doch irgendwo aus Versehen was doppelt gelöscht wird. Und ich kann hier auch anklicken, dass die Daten eine Kopfzeile enthalten. Das tun sie in meinem Fall. Wenn ich jetzt die Kopfzeile nicht mitmarkiert hätte, hätte ich hier den Haken nicht setzen müssen. Und hier unten sehe ich dann alle meine Spalten, auch mit der Überschrift sozusagen. Das steht dann hier daneben, also wie ID, Name und so weiter. Und wenn ich jetzt das Ganze überprüfen möchte, drücke ich einfach unten auf den Punkt Duplikate entfernen. Und jetzt sehen wir hier unten links auch nochmal, dass es insgesamt 81 Zeilen sind, die hier befüllt sind. Wenn ich jetzt auf Duplikate entfernen klicke, zeigt mir Google Sheets an, drei doppelte Zeilen wurden gefunden und entfernt. Und 77 eindeutige Zeilen verbleiben. Also es sind jetzt nur noch 77 Zeilen. Wenn ich auf OK klicke und dann wieder nach unten scrolle, sehe ich eben hier, das Ganze geht bis 78. Also 77 Zeilen, in denen Daten stehen, eine Überschriftenzeile und die drei, die ich vorhin doppelt eingefügt habe, wurden entfernt. Das funktioniert also ziemlich gut. Das Einzige, was mir hier nicht gefällt, ist, dass mir Google Sheets nicht anzeigt, hier ist eine doppelte Zeile, möchtest du die löschen? Also am besten wäre es für mich, meine persönliche Meinung, dass man jede Zeile auch einzeln löschen könnte und sich das nochmal anguckt, ob da nicht doch irgendwie ein Fehler drin ist. Google Sheets löscht es einfach und dann sind die Zeilen weg. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr habt 100.000 Zeilen, dann könnt ihr das nicht so einfach überblicken. Da müsst ihr euch dann quasi auf Google Sheets verlassen. Ich finde, da kann man sich auch drauf verlassen, aber mir würde das trotzdem lieber sein, wenn es dann auch so eine Art erweiterten Modus geben würde, wo man sich jede doppelte Zeile ansehen kann. Jetzt möchte ich aber noch zeigen, warum es wichtig ist, immer alle Spalten auszuwählen. Wenn ich jetzt einmal nur die Spalte G angucke, dort stehen ja die Country IDs und zwar gibt es da zum Beispiel Germany, France oder auch Italy irgendwo, aber Germany, France und so weiter, die kommen öfter vor. Also France gibt es nicht nur einmal oder genauso wenig wie Italien oder Spanien, kommen auch mehrmals vor. Wenn ich jetzt auch hier wieder alles auswähle und dann auf das Datenmenü gehe, Datenbereinigung und Duplikate entfernen, ich sage, es gibt eine Kopfzeile und ich sage nicht, dass alle Spalten überprüft werden sollen, sondern nur die Country ID, wo wir ja wissen, dass es Duplikate gibt. Und ich dann auf Duplikate entfernen klicke, dann wurden 43 doppelte Zeilen entfernt und 34 eindeutige Zeilen verbleiben. Und das bedeutet, Google Sheets hat jetzt einfach alles, wo zum Beispiel was doppelt vorkommt, also wir wissen ja, France kommt doppelt vor, Germany oder auch Italy, die wurden einfach alle gelöscht. Also jetzt sollte man, wenn ich hier auf OK klicke, findet man hier wahrscheinlich nur noch einmal Italy, das ist in dem Fall hier. Man findet dann wahrscheinlich auch nur noch einmal Germany hier zum Beispiel oder auch einmal France, aber nicht doppelt. Und deswegen, und das ist ja einfach falsch, weil es waren ja unterschiedlichere Strecken, das wissen wir ja, aber dadurch, dass wir jetzt nur als Referenz die Spalte G genommen haben, also die Country ID, hat Google Sheets halt fälschlicherweise zwar doppelte Einträge gelöscht, aber es wird die ganze Zeile gelöscht. Das heißt, das ist im Endeffekt falsch und da muss man dann einfach aufpassen, dass man das Ganze richtig bedient und deswegen würde ich empfehlen, immer alle Spalten auszuwählen, dass die zum Vergleich herangezogen werden. Dann kann sowas auch nicht passieren und ansonsten ist das Duplikate entfernen echt tolles Hilfsmittel, um Daten schnell zu vergleichen und dann natürlich auch so eine ganze Tabelle schnell zu bereinigen. Das war es dann auch schon mit dem Tutorial und ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreib es gerne in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao. Ciao.